Grüß Gott, willkommen zum vierten Teil. Diesmal soll es um Gleichungen, Matrizen und Vektoren gehen, wobei Vektoren sind in Numbers einfach spezielle Matrizen, nämlich diejenigen mit einer Zeile oder einer Spalte. Fangen wir mal an mit den Gleichungen. Das ist eigentlich noch eine Ergänzung zum letzten Mal. Da habe ich eine Aufgabe nachgebastelt, die in der Zentralmatura 2020 drin war, die Aufgabe Gewinnaufteilung. Schauen wir uns erstmal die Aufgabe an, wie Sie die SchülerInnen sehen würden. Eine Spielgemeinschaft bestehend aus drei SpielerInnen gewinnt 5.000 Euro. Dieser Gewinn wird wie folgt aufgeteilt. Spielerin B erhält um 50% mehr als Spielerin A. Spielerin C erhält um 40% weniger als Spielerin B. Mit X wird der Betrag bezeichnet, den Spielerin A erhält. Okay, und jetzt müssen wir eine Gleichung angeben. Ich mache das jetzt mal so umständlich, wie das in der Lösungserwartung steht. Also ich sage, die erste Spielerin erhält auf jeden Fall mal X. Die zweite erhält dann das 1,5-fache, weil das sind ja 1 plus 50 Hundertstel. Jetzt muss sie aufpassen, steht hier unten drunter. Punkt als Dezimaltrennzeichen. Kleiner Nachteil der mathematischen Eingabe, da kann man nicht diese verschiedenen Dezimaltrennzeichen britischer oder kontinentaleuropäischer Tradition eingeben. Da muss das immer mit einem Punkt geschrieben werden und deswegen habe ich das hier reingeschrieben. Ist für die Schüler vielleicht nicht so ungewohnt, weil das in vielen Computeralgebra-Systemen und in Geogebra ja auch so ist, dass der Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet wird. Ja, also damit haben wir uns abgefunden. Da steht hier also 1.5 mal X. Sie sehen wieder, die Eingabe wird auch angezeigt. Ist auch kein Problem, wenn man da das überschüssige Mal weglässt. So, jetzt haben wir 1,5 mal X. Jetzt kommt die Spielerin C, bekommt etwas in Abhängigkeit von Spielerin B, also können wir die 1,5 mal X wieder hinschreiben und die hält aber nur das 40 Prozent weniger, also das 0,6-fache davon und das Ganze soll in Summe dann 5000 ergeben. Damit sollte ich eigentlich eine Lösung eingegeben haben. Hier ist auch wieder, ob ich da ein Mal dazwischen schreibe oder nicht, macht keinen Unterschied. Im Britischen wird gerne das Mal in solchen Gleichungen mit dem X geschrieben, wo wir wahrscheinlich eher den Punkt machen würden. Da müssen wir leider auch mit leben oder wir müssen halt hingehen und müssten das schon ausrechnen, was auch möglich wäre. Zum Beispiel könnten wir ja hier vorne gar nicht X plus 1,5 X schreiben, sondern einfach direkt 2,5 X. Und tatsächlich ist das auch wieder so gemacht, dass meine Aufgabe, die hier durch das Pattern Matching das erkennen soll, merkt, alle algebraisch äquivalenten Antworten sind richtig. Und auch hier habe ich das wieder so gemacht, dass ja eine ausführliche Rechenanläutung ist, die Sie sich mal in einer stillen Minute genauer durchschauen können. Jetzt schauen wir uns aber die Aufgabe mal an, wie ist das hier gemacht? Wo besteht da vielleicht noch ein Unterschied? Es ist wieder so gemacht, dass ich ein Gap-Fill gemacht habe und der Gap, also die Lücke, die da drin ist, ist eine Gleichung, also ein mathematischer Ausdruck. Hier steht der mathematische Ausdruck wieder mit den Variablen hingeschrieben. B plus und C minus sind meine Variablen und Gewinn. Schaue ich mir die mal an. Also der Gewinn ist irgendwie ein 1 bis 5-faches von 5000. B plus schwankt zwischen 5 mal 5 sind 25 und 5 mal 10 50 Prozent und C minus schwankt zwischen 2 mal 10 sind 20 und 50 Prozent. Ja, so ist das gemacht. Dann der Ausdruck hier, nochmal kurz zur Erklärung, X plus dann in Klammern 1 plus B plus durch 100. Naja, das erzeugt ja eben dann genau, wenn hier zum Beispiel 50 steht, die 1,5. Ist also genau in der Struktur der ausführlichen Lösung nachempfunden. In diesem Fall überhaupt keine Restriktionen. Jetzt kriegen wir hier noch eine Warnung angezeigt. Das wollte ich Ihnen noch zeigen. The correct answer is an equation. Use accuracy tab to generate values satisfying the equation so it can be marked correctly. Das ist in diesem Fall aber gar nicht erforderlich, weil das tatsächlich eine Gleichung ist, die eine eindeutige Lösung hat. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn man zum Beispiel eine geraden Gleichung hat, einfach Y gleich 3X plus 5, dann sollte man hier in dem Accuracy Tab nochmal kontrollieren. Was der dann nämlich macht, ist, der setzt quasi für X und Y nacheinander Zahlenwerte ein und schaut, ob tatsächlich dann beide Seiten der Gleichung dasselbe Ergebnis liefern. Hier ist das aber gar nicht erforderlich, weil das eine eindeutig lösbare Gleichung ist. Da haben wir das Problem dann nicht. So, ich wollte aber eigentlich nicht mathematische Ausdrücke weiter zeigen und Gleichung. Das geht also und funktioniert bei Gleichung genauso über dieses Mathematical Expressions. Was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, waren ja Matrizen und Vektoren. Fangen wir mal mit den Matrizen an. Das ist jetzt ein Beispiel, was nicht mit der AAS Matura kompatibel ist. Da geht es einfach um Matrizenrechnung. Was ich Ihnen zeigen wollte, insbesondere ist, wie schaut das aus. Zwei Varianten gibt es hier. Matrizenrechnung. Berechnen Sie die unten angegebenen Matrizen. Achten Sie darauf, gegebenenfalls zunächst die korrekte Größe der Ergebnismatrix festzulegen. Bei A habe ich Ihnen die mal verraten. A ist ja auch relativ einfach. Die transponierte Matrix-Schreiben heißt ja nichts anderes, als Zeilen und Spalten zu vertauschen. Da muss man also im Wesentlichen wissen, dass man da von oben nach unten liest. Dann ist das kein Problem. Hier ist das auch so gemacht. Sagen wir mal, der liest hier mal die falsch herum ab. 4, 3, 2. Ja, 4, 2, 3. So. Und reicht das ein. Dann sagt er hier, Ihre Antwort ist nicht richtig. Da habe ich das also so eingestellt, dass sobald eine Zelle falsch ist, das ganze Ding falsch ist. Unten habe ich es anders gemacht. Erstmal. Ich habe nicht verraten, wie groß die Matrix ist. Das ist ja Zeilen von hier und Spalten von da. Also eine 3 mal 2 Matrix muss da als Ergebnis rauskommen. Und das kann ich hier einstellen. So. Und jetzt kann ich vielleicht mal den ersten rechnen. Hoffe immer, dass ich mich nicht verrechne. Zeile zuerst, Spalte später. Also das ist ja hier quasi, ich schreibe es jetzt erstmal als Term hin. Das kann ich so natürlich nicht stehen lassen. 0 mal 9 plus 5 mal 0 plus 7 mal 8. So. Okay, das ist leicht. Da ist ziemlich viel 0. Da ist also 7 mal 8. 7 mal 8. 6 mal 8 ist 48. 7 mal 8 ist 56. So. Und jetzt bin ich mal faul und sage, den Rest weiß ich eigentlich nicht. Da schreibe ich mal überall Nullen rein und sage, Abschnitt einreichen. So. Und dann sagt er mir hier, eine oder mehrere Zellen, Ihre Antwort sind nicht richtig. Aber Sie haben für den Restpunkte erhalten. Sie erhalten 0,5 Punkte, weil ich einen von sechs richtig gemacht habe. Das wäre also die gnädigere Beurteilung. Auch hier, wie funktioniert das? Wie ist das gemacht? Schauen wir uns mal die Aufgabe so ein bisschen näher an. Matrizenrechnung. Schauen wir mal in die einzelnen Teile rein. Also hier ist der erste Teil BT und unnamed Gap. Ist also wieder so ein Gap Fill, Lückentextaufgabe. Und der Gap ist hier ein Matrix Entry. Die korrekte Antwort schreibt man hier wieder rein. Das ist bei mir auch eine Variable BT. Schauen wir uns mal an, wie die Variablen generiert werden. Also hier ist die Angabe B in geschweiften Klammern hoch T. Da wird also die Matrix B hingeschrieben mit einem Hochzeichen T. Und das Ergebnis habe ich dann BT genannt. So. Was sind die Variablen, die da auftauchen? Hier ist meine Matrix B. Das ist einfach eine Zufallsmatrix mit zwei Spalten und drei Zeilen. Ja, weil hier, wenn man so eine Matrix erzeugt, werden tatsächlich zuerst die Spalten erzeugt und dann die Zeilen. Also umgekehrt, wie eigentlich die Leserichtung ist. Da sieht man das auch 0, 2, 9, 6, 6, 1. Da stehen die Zeilen ja so hintereinander. Und bei A ist das genauso. Da habe ich nur eine 3x3 Matrix erzeugt mit Zufallswerten. So, jetzt BT. Was ist das? Da steht einfach Transpose. Also gibt es so einen Befehl. Ja, woher kennt der Herr Fohls immer die ganzen Befehle? Hier steht JME-Code. Die weiß ich natürlich auch nicht auswendig. Aber da gibt es diese Hilfe von Numbers, die außer, dass sie Englisch ist, wirklich sehr gut gelungen ist. Und bei JME, wenn man da draufkriegt, bekommt man eine Funktionsreferenz. Und dort kann man dann gucken, Vektoren- und Matrix-Arithmetik. Und dann steht hier erstmal, wie erzeugt man Vektoren und Matrizen? Wie erzeugt man eine Identitätsmatrix? Man kann sich die Anzahl der Zeilen und Spalten herauslesen lassen. Man kann einen einzelnen Spaltenvektor bekommen. Man kann das Skalarprodukt bestimmen, wenn das beides tatsächlich Vektoren sind. Oder halt einspaltige Matrizen. Oder man kann das Kreuzprodukt bestimmen, wenn das tatsächlich auch so ein Dreiervektor ist. Man kann den Winkel bestimmen zwischen zwei Vektoren. Man kann gucken, was Null ist. Die Determinante lässt sich berechnen. Man kann transponieren. Also hier findet man die ganzen Befehle übrigens auch für die anderen Bereiche. Statistik und so weiter. Zahlentheorie, Trigonometrie. Das steht hier alles drin. Auch wie man verschiedene Formen von Zufallszahlen auswerten kann. Das kann man natürlich in so einem kurzen Tutorium nicht alles besprechen. Gehen wir mal in die Aufgabe zurück. Also da kommt die transponierte Matrix herein. Jetzt schauen wir noch, was ich sonst noch angekreuzt habe. Wieder die richtige Antwort wird angezeigt. Es gibt ein Score-Feedback-Icon. Ich habe hier vorgegeben, wie groß die Matrix ist, die als Ergebnis herauskommt. Und habe nicht den SchülerInnen erlaubt, die Größe der Matrix zu verändern. Dann gibt es hier noch, was kann man als Fehler akzeptieren. Da habe ich mal nichts akzeptiert in den einzelnen Zellen. Und dann gibt es hier wieder Precision Restrictions. Man kann bei einer Matrix im Übrigen auch verlangen, dass da Brüche eingegeben werden. Das gibt es auch. Ist hier aber so nicht gemacht. So, jetzt schauen wir uns... Achso, dann noch, was auch nicht angegeben ist. Gain Marks for each correct cell. Das heißt, das hier ist so eine Art Matura-Aufgabe. Es gibt nur einen Punkt, wenn alles richtig ist. Jetzt schauen wir uns mal bei Teil B das an. Da habe ich halt gefragt nach A mal B. Schauen wir uns auch da an, wie das gemacht ist. Es ist ausnahmsweise mal nicht als Lückentext, sondern direkt als Matrix-Entry gemacht. Weil das da eh nicht funktioniert. Wenn ich nochmal auf die Aufgabe gehe vielleicht, dann kann man das ganz gut sehen. Es würde hier nicht funktionieren, dass das ordentlich in derselben Zeile steht, weil sich hier halt die Höhe mit der Zeit verändert, wenn man da dran rumfummelt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich das einfach direkt darunter anzeigen. Und dann brauche ich keinen Gap-Fill. Dann kann ich das direkt so als Matrix-Entry eingeben. Marking Settings ist wieder wichtig. Da steht hier AXB. Was ist AXB? Da steht in den Variablen AXB ist einfach A mal B. Das heißt, die Matrizenmultiplikation beherrscht Numbers einfach und macht das auch ganz normal mit dem Malzeichen. So, gehen wir nochmal zurück in die Aufgabenstellung. Das ist also AXB. Jetzt hier der Unterschied. Ich habe drei Punkte vergeben für das Ganze. Zeige das auch wieder an. Ich erlaube dem Schülerinnen, da die Größe zu verändern. Da kann ich noch sagen, was ist sozusagen minimale und maximale Anzahl. Von Zeilen und Spalten. Das habe ich hier nicht gemacht. Das habe ich einfach auf den Default-Werten stehen lassen. Mindestens eins. Weniger geht eh nicht. Und wenn man bei höchstens Null anstellt, dann kann der da beliebig groß die Sachen einstellen. Hier ist das wieder mit Precision Restrictions und so weiter. Da habe ich aber jetzt auch wieder eigentlich nichts verändert. Ich habe halt gesagt, keine Nachkommastellen, weil ich habe da ganzzahlige Werte drin stehen. Dann kann bei einem Matrizenprodukt ja durchs Multiplizieren von zwei natürlichen Zahlen jetzt keine Kommazahlen dabei herauskommen. Da ist also sonst weiter nichts zu machen. Ja, so funktioniert das mit Matrizen. Also einmal die Möglichkeit zu sagen, es ist die Größe vorgegeben und einmal die SchülerInnen müssen die Größe selber noch bestimmen. Das war das. Jetzt gehen wir mal vielleicht weiter und schauen, was haben wir noch für Aufgaben. Ich habe noch eine zweite Aufgabe erstellt, die vielleicht jetzt etwas interessanter wieder ist. Da geht es um Vektoren. Das ist vom Jahr 2017 eine modifizierte Matura-Aufgabe. Quader mit quadratischer Grundfläche. Hier kann ich verschiedene Sachen zeigen an der Aufgabe. Erstmal sehen Sie hier wieder im Text. Ich habe den Text halt eins zu eins kopiert im Grunde genommen von dieser Aufgabe. Ich habe auch eine Quellenangabe da eingefügt. Nur bin ich wieder hingegangen und habe gesagt, aha, normalerweise stand hier meinetwegen, also dieses DC ist fünf lang und die Höhe ist genau doppelt so hoch. Und ich habe jetzt hier wieder dieses DC als Variable eingegeben, sodass wir hier dann die Höhe auch abhängig davon haben. Und der Eckpunkt ist E, ist dann natürlich auch abhängig von diesen zwei Werten. Das ist hier wieder an den geschweiften Klammern ganz gut zu erkennen. So, die Frage ist, wie bekommt man so ein Bild hier rein? Das geht bei Resources. Bei Resources kann man einfach Bilder hochladen, können verschiedene Formate sein. JPG, PNG ist kein Problem. Und wenn Sie Vektorgrafiken haben wollen, können Sie auch SVG-Grafiken benutzen. Die haben dann noch gewisse Vorteile, aber darum soll es in diesem Beispiel mal nicht gehen. So, das ist mein Statement. Interessanter ist jetzt wieder, was wird da eigentlich gefragt? Also schauen wir uns mal die Aufgabe an. Ja, gefragt wird nach den Koordinaten bzw. Komponenten eines Vektors HB. Und auch das habe ich hier dynamisiert. Jetzt wird auf einmal nach BH gefragt. Und wenn ich Glück habe, jetzt wird wieder nach BH gefragt. Okay, jetzt wird nach AG gefragt. Also es wird auch nach unterschiedlichen Vektoren gefragt, die hier in dem Bild drin sind und nicht nur die Zahlen variiert. Und dieser Vektor ist eben wieder eine Eingabe einer Matrix. Dann schauen wir uns auch mal an, wie das gemacht ist. Erstmal, wie ist das gemacht, dass da nach verschiedenen Vektoren gefragt wird? Das ist wieder derselbe Trick, den ich schon in dem ersten Video gezeigt habe. Wir erzeugen eine Liste. Jetzt wieder nicht erschrecken. Override, das ist einfach der LaTeX-Code dafür, dass wir dann da so ein schönes HB mit einem Pfeil oben drüber stehen haben. Und warum sind hier so viele von diesen Backslashes? Das ist, wenn man, das kennen vielleicht einige von Ihnen auch, die ein bisschen mit Informatik zu tun haben. Man muss, wenn man was in Strings reinschreibt, so Zeichen wie diesen Backslash escapen. Und das bedeutet, dass man den einfach doppelt hinschreiben muss. Und damit eine geschweifte Klammer erzeugt wird, muss man da auch nochmal ein Backslash vorschreiben. So entsteht das. Hier wird jetzt zufällig eins ausgewählt. Eins, zwei, drei, vier Optionen gibt es da. Und in Abhängigkeit davon habe ich hier wieder die Lösungsvektoren reingeschrieben. Da verändern sich im Wesentlichen die Vorzeichen. Und dann erzeuge ich einfach wieder eine Zufallszahl von 0 bis 3. Weil wir hier eine Liste mit vier Elementen haben, haben wir halt den Index 0, 1, 2, 3. Und davon wird eine ausgewählt. Also hier in diesem Fall der dritte. Und dann kann ich wieder adressieren, Vektor meinetwegen 3 ist dann hier das dritte. Und Lösung 3 ist dann hier das dritte, was zueinander passt. Und genauso ist das jetzt hier bei den, wenn ich jetzt auf den Gap gehe, steht hier Lösungsauswahl ist halt die korrekte Antwort. Da muss ich sonst weiter nichts machen. Festlegung wieder hier sage ich, okay, der hat halt drei Zeilen und eine Spalte, damit das ein Vektor wird. Die SchülerInnen dürfen da die Größe nicht verändern. Margin of Error gibt es nicht. Dezimalstellen brauchen wir auch keine, weil wir wieder mit ganzen Zahlen gearbeitet haben. Ja, so funktioniert das. Was jetzt vielleicht noch interessant ist, dann auch wieder die Anleitung, die ich erstellt habe. Da war ich jetzt etwas faul. Die ist jetzt nicht dynamisch davon, ob jetzt nach H, B oder nach G, A oder A, G gefragt wird. Da steht einfach immer nur, also man ermittelt zunächst die Koordinaten der Eckpunkte und damit ergibt es sich für den gesuchten Vektor. Da war ich sozusagen etwas faul. Können wir uns das Ganze auch mal anschauen. Ich erzeuge mir hier mal die Lösung. Antwort aufdecken. So, die Lösung wäre also minus 4, 4, 8 gewesen. Und hier ist eben die Erklärung. Man ermittelt die Koordinaten der Eckpunkte, 4, 4, 0, 4, 4, so weiter. Und dann somit ergibt es sich für den Vektor. Könnte man noch mehr machen, dass man hier wirklich noch schreibt, B minus so und so ist gleich. Das wäre aber etwas aufwendiger, weil eben hier eine Abhängigkeit drin ist und manchmal nach A, G und manchmal nach BH gefriert wird. So, zweite Sache, die man vielleicht noch variieren wollte, die wir uns aber für ein weiteres Video aufheben werden, ist, wenn ich jetzt sagen würde, naja, aber warum muss das eigentlich immer so sein, dass das eine meinetwegen vier Längeneinheiten ist und das andere ist acht Längeneinheiten. Also genau das Doppelte. Könnte sich nicht dynamisch dieses Bild auch noch verändern. Also könnte das nicht mal höher und mal weniger hoch sein. Wenn man sowas machen möchte, also sogar die Bilder dynamisieren, dann kommen wir zu dem Teil, den ich Ihnen dann vielleicht im nächsten Teil zeigen werde. Nämlich, wie kann man GeoGebra-Applets einbinden? Das geht nämlich. Ich kann hier statt so einem statischen Bild auch ein GeoGebra-Applet einbinden und Numbers kann Werte in dem GeoGebra-Applet, also zum Beispiel die Koordinaten von Punkten ändern. Und wenn ich jetzt meinetwegen die Koordinaten von Punkt H verändere, dann könnte ich ja damit das ganze Bild verändern, wenn das da ordentlich als Quader erzeugt wurde. Ja, aber das schauen wir uns in dem nächsten Video an. Mit diesem Video, Vektoren, Matrizen und Gleichungen sind wir dann schon wieder am Ende.